gesagt er macht direkt nicht spenden ja guck mal du musst ja behind you ist mega krass ja muss ich nachher gucken jetzt erst willst du ja eigentlich schon müssen wir angezeigt werden das ist noch wie früher schon noch Nein, noch nicht. She said hard to touch. Halt dein Maul. Nein. Nein. Man, jetzt findet man auf YouTube sich mal mehr How to T-Sweat. How to T-Sweat? Ja. Man, du Streams nicht, du Wichser. Komm. Ach du Scheiße, dieser Kanal wurde wegen urheberichtlichen Grundlinien Verstößen gebannt, Frau Süßhoff. Deiner. Ja, 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 ja. Na, guck doch, ne? Hey, Spaß. Ah, wie ich nagelog, bin ich krass. Ja, guck doch jetzt erst online. Ja, muss ich mal befrischen. Ich habe mir auf dem Handy noch nicht, du fette Sau. Guck halt aufgrund der Dürfette Randzau. Halt mal, du Fette Randzau. Och, halt mal, du Fette. Das haunt das mal richtig kacke, dann. Schiss in Haare. Na, guck doch, ne? Das ist mir Drecks, egal, du Schwuch. Ja, guck doch, bin ich krass. Ja, guck doch, bin ich krass. Ja, du bist doch behindert und dreckiges Missstück. Ja, ich wüsste live. Ja, ich wüsste live. Ja, ich wüsste live. Tanzverbot-Videos von 1 von 1. Nein. Ja, ich wüsste live. Ja, Alter, wegen dir funktioniert's nicht. Halt dein Maul, ich guck jetzt nicht. Dann mach, raff mal dein Dreckskanal. Ich band den weg. Kannst du nicht. Guck, ich meld gleich ein Tutorial an. Das juckt mich doch ein Dreckchen, Scheiß. Felix, der Lappenhaus seit Schule, haha, Opfer, like Tanzverbot, Biest. Tanzverbot hat richtigen Bizeps. Na? Speckbizeps. Mama. Sag ich mal so, wenn du mit Ohr willst? Ja, Mama. Mama. Ja. Kannst du mal halten? Halt die Fresse, du Schlampe. Kannst du's Maul halten? Halt die Fresse, du Hobel-Dutte. Halt's Maul. Mama. Hallo. Oh, ich will aber nicht mit dir jetzt. Nee, ich spiel grad mit Nörchen. Weißt du, wenn ich mit will? Okay, dann spielst du sie beim nächsten Mal, okay? Wir müssen dann mal in Schwimmbad irgendwann. Ja. Bett, Bett, Bett. Spring runter. Ich bin schon, Bels. Achtung, Achtung. Pulli-Kuh, ne? Der kann ja auch nichts machen. Komm, den killen wir jetzt. Easy. Hm, ich denk mir, so weit kommt n' hier, ne? Weil meine Mutter hätt' direkt zugeantwortet. Weil du klopft jemand an meiner Tür. Ich hab' aber meine Haustür offen gelassen, deswegen. Ich hab' meine Haustür offen gelassen, deswegen. Aber ich finde, ich schwungst dir das auch nicht mit dem Abol-Sound. Ja, nicht die ganze Zeit, doch manchmal. Wahrscheinlich nur bei neuen Leuten. Ja. Oh, hab' ich grad' den Schreck gekriegt. Ich denk mir, so weit ist'n das, ne? Ich bringe den besten Content auf der Welt. Merkt man schon, dass ich überall runterfalle, deswegen ist auch der beste Content der Welt. Oh Mann, ich fall' nur noch runter. Soll ich mich mal anstrengen? Mach doch. Mach doch. Leute, schreibt mal in Chat und ich mir nur jetzt ordentlich machen soll. Das fett. Du bist fett. Moritz ist fett. Ich wieg' weniger als du. Ich wieg' 38, weißt du? Ja, ja, ja. Aber du. So wieg' ich halt wirklich. Du wiegst 43, hast du gesagt. Du wiegst 43, hast du gesagt. Vor allem mein Opa. Alter, dein Maul. Vor allem mein Opa war ja hier, ne? So kurz vorher hab' ich dich erhobischlammbecken. Ich weiß. Der hat das safe gehört. Halt's Maul. Oh, hast du den? Er hat wieder überlebt. Noah, Noah. Ja, pff. Wegen dir? Oh Mann. Das fuckt mich echt ab. Was denn? Wegen dir? Ja, weil wir wegen dir jetzt wieder Down sind. Ja, wirst du mal mit zurückkommen? Bist du dumm? Ich bin mein Bett. Mach dir Glück. Da krieg' keiner back. Lass mich drauf. Lass mich drauf. Lass trotzdem mich drauf. Hi. 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 Du wegen mir. Ja, ja, ja. Ich hab's doch beide geholt. Ich nehm' die ganzen Blöcke, die hier liegen wird. Du hast beide geholt. Wir haben beide eingeholt. Bist du dumm? Alter. Ach, ja. Ich hab' beide geholt. Alter, ich hasse, dass wir im Tab keine Köpfe sind, ne? Das sieht einfach hässlich aus. Alter. Ich krieg' auch immer 80 Meter Knockback, Alter. Lol. Und ich hasse das. Hast du das auch? Wenn du einen tötest und dann noch dadurch, und dann noch aber auch stirbst. Ja. Ich hasse das. Ach, Suicide. Na ja, Suicide. Na, kann man so sagen. Oh mein Gott, ich mach jetzt Muck mit S&A. Das geht sogar. Klar. Wow. Was? Ich bin wieder krass. Ich bin auch, glaub ich, krass. Aber ich bin an ganz anderen Stellen als du, krass. Ah, ja, 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 ja. Er kommt. Er kommt. Er ist beim Bett. Bist so dumm. Warum bin ich jetzt wieder dumm, denn? Du kolztest mir ja nicht. Du kolztest mir ja nicht. Ich hab doch geschafft, dass ich mein Bett. Ja, was hab ich denn dafür, wenn ich denn durchlöse? Halsmaul, Schlampe. Ich hasse dich. Warum? Einfach so. She pulls me in. Die Runde seh ich mit der Scheiß. Du wählst mir, dass wir ihn dir verloren haben. Hahaha. Diego Guckst du auf mein Stream? NõĞ. Guckst du auf mein Stream? Guck mal bitte in den Live-Tujd schreib'n. w mosswoll die runde noch. Gegen angepisselt? Haben wir vorhin schon gespielt. unfair ich bin partylehrer bist du dumm guck mal wer den server betreten hat und nico war drin also geliebt 60 jahre hast du den doch hast du den der friend lust vielleicht hat es uns nach geht schon vielleicht würde er was so drin ist die folge wenn er so drinnen das dreckigste mikro allerzeiten alter hat joshua noch ein besseres mikro also hast du mit der hausse über den sein dass du klicks nach was bei mir glaube ich auch noch wie seines ging das schatz nach dem vater set in the roots she's a not to touch one click fast bridge ich bin schlecht na sie ist in hahn zu zart kennst du wie bei quadtricks immer ein baut damit ne der macht aber so guck ja in 8x1 macht er so richtigen doch ich sehe er hat kommen noch kurz lol ja komm jetzt gar keine kassiert so ist es eine range gesehen nur aber da hat er halt gar keinen nok ja der hat ja ein bisschen hat er schon viel gerade aber kann noch letzte schützung kann muss aber nicht sehr dumm hä ich werde mir immer zwei zuschauer angezeigt und es schreibt einfach niemand rein aber ich sehe jetzt wird es selber hat ja ein account oder so wie so braucht man ja keine korte ich bin ja nur noch ich der zuschauer ach du scheiße ich leb noch und hab meine sachen gedroppt und mein gott ich dieses bett oder kannst du mich bett was gott nimm ach egal ich bin doch kein bett was king zum glück sind wir noch gott und jetzt king oder was ja mein ich halt gott du schlampe wir brauchen übrigens für die eisen ach du schlampe wenn du mich noch einmal schlampe nennst ne was bist du dumm als ob die schon voll web eingebaut haben ach easy gott britschen fetschen ach ich hätte das wettbekommen hier aus dem post steck brauchst du nicht kaufen ja und der ist trotzdem easy peasy lemon's crazy das ist übrigens mein zweiter der typ da na cool irgendwann prank ich dich mal irgendwann hab ich ne irgendwann prank ich dich mal nimm das auf schick dir das ein Blitz aus und auf deinen kanal hoch ja das wird dann der das krasseste video auf meinem kanal in zehn lang hey mach doch mal bitte hä wenn ich tu dann würd ich einfach ein bisschen clickbait machen und fertig boah ein bisschen clickbait ein bisschen clickbait ein bisschen clickbait ist ja okay so ein bisschen ah ne ich mag es nur nicht wenn jemand was in tv schreibt was dann nicht im video ist meine freundin nackt oder so hab sie nur wegen mir was nur wegen mir haben wir sie wieder haha aber ich mag das nur nicht wenn jemand was in tv schreibt was auch gar nicht in den videos ich finde es nur okay wenn man das so ein bisschen attraktiver so macht ja aber es muss dann halt schon im video drin sein ne ja ich klicke voll oft so auf videos ne wo übelst das geil ist im titel steht so richtig meine freundin zieht sich aus für euch haha nein und dann ist das dann die könnte ich mal ausrasten ich spule hier mal vor wo ich denk das ist eh nicht knäuschi ich komm mit war ja voll der gelbe namen eigentlich knäuschi ja das ist schon gelbe ja unser bett ist weg warum weil der gelbe durchläuft obwohl der geht erst auf mich ja ist runtergefallen brenzke da brennt nur oder ja ne da brennt eigentlich noch nicht bei dir schon da brennt nur ja ich bin so schlecht ne zwei zuschauer hallo halt die klappe schreib mal wieder derjenige dazu gekommen ist in den livechats ich aber egal ja ich glaub's auch wieso ich muss doch ein bisschen dings machen ich muss doch ein bisschen mod machen ich hab bei felix im chat ne hab ich erstmal einen gesperrt warum und hat die ganze Zeit werbung gemacht bestimmt ace oder ne da macht er dann nur noch bastelvideos gegen felix als wir besser so rauskommen ey ich bin so dumm dann hat felix hodertausd abos ne und dann muss das so zugeben dass er hackt ey ich bin grad so scheiße ne ich bin auch grad so scheiße ich hab keine eh ich mein wir sind zwar immer scheiße aber trotzdem gerade übertrieben so hä was ist denn das es wird schon wieder bei mir zum Backern gezeigt das ist jetzt ein Zuschauer wenn ich runter scrollen und dann hoch scrollen aber jetzt ist wieder einer jetzt nochmal hä ja juck nicht ja mich bockt es auch nicht echt 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 mich auch nicht entschießen jetzt werden mir wieder zwei angezeigt gib'n daumen nach oben dann weiß ich dann nach oben genau alter mann gib'n daumen nach oben dann weiß ich dass jetzt ein neuer zuschauer dazu gekommen ist oder ein nachrichten in live chat was denn gib'n daumen nach oben dann weiß ich dass jemand dazu gekommen ist was denn hä was denn no hallo hallo jetzt gib'n daumen nach oben dann weiß ich dass jemand dazu gekommen ist ich bin Betzke hd cool kennst du den ich glaub' jetzt jeder kennst du den ja auch schneller als Polschi ja 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 also ich schon du bist schneller als Polschi Polschi kann ja nicht mehr Gott rutschen ja ist klar ein bisschen kann ja das bestimmt ach nein Felix hi ach man man Felix guck mal wer dazu gekommen ist fall' ich nur noch runter du schlampe drei Zuschauer ist noch einer dazu gekommen ja ich ja soll ich mal ein live chat schreiben ja mach' warte warte ich fange ja schon an zu schreiben bin oh danke dass das layout voll nice ist falls mal hab ich selber gemacht so abgeschrieben ja ich ich hatte es vorher eigentlich ja ja okay ich hatte vorher eigentlich noch äh das genauer aber ich hab halt den Background halt nicht gelöscht dann muss ich es halt nochmal ausschneiden belastend belastend Felix kannst du zocken kannst du zocken mocken getocken kocken koks Felix kannst du zocken oder kocken hast du dicken kock h h Felix immer doch h h h h 3000 Cent ne warte ich es gibt so'n Lied 2 n ach ich nicht mehr oh immer noch 3 Zuschauer geil 1 1 1 die Lache war wieder scheiße n kann sich gleich mal raus schneiden aus dem Livestream h mach ich direkt klar Bett Bett spring ich spring nicht ja okay alles gut ich wusste es deswegen Ich bin so schlecht. Okay, bis gleich. Alter. Kann ja. Hä, drei? Hä, Felix, bei mir ist das immer beim Stream so, dass es zwischen einen und drei Zuschauern schwankt. Jawohl. Echt? Echt jetzt? Ja. Felix, ich würde ja mal sagen, ein 1.000 YouTuber, ein YouTuber mit 1.000 Abonnenten hat gestern schon seit zwei Stunden gestreamt und hatte dann erst 17 Zuschauer. Mhm. 380. Nein. Nein. Drei Zuschauer, nice. Schreibt bei der Live-Chat, wer jetzt alles da ist, außer Felix und... Nee, Jerome ist ja nicht da. Moritz ist da. Ah, hat schon ein Chat geschrieben, dass so dumm ist, kommt einer noch. Bettweg wegen Noah. Ah, genau, weil ich auch schon loslaufe. Halt die Klappe. Schwanz. Und kann Felix zocken? Gleich wahrscheinlich. Ach so. Und wenn sie singt, hat to touch. Echt? Nee. Nee. Kack-Klein. Zwei Zuschauer, kack-Klein wahrscheinlich nicht mehr. Zum Glück. Echt, ich schick dir vor. Nein, Spaß. Spaß, Boreans. Oh, habe ich seinen Kopf im Outplay? Und der ergibt mir wieder einen R-Hit. Das ist sein Kopf im wohl nicht Outplay? Doch, habe ich. Das war der andere. Rauf mal was. Ich bin eine kratzte Kopf im Outplay. Das ist klar, so. Ja. Ja. Na, klar. Oh mein Gott. Krasser Target, muss ich schon sagen. Na, klar. Jawohl. Trotzdem noch. Karl? Nee. Weiß noch vorhin. Was denn? Als ich auch klarschreiben wollte, habe ich Karl geschrieben habe. War die Zentwitzel nicht, gell? Nee. Nee. Komm mal zur Ruhe. Na, es kommt nicht zur Ruhe. Everybody names him. Zick-zack-Kompetenz. Everybody sing Quap, Quap. Okay. Okay. Zick-zack-Kompetenz. Zick-zack-Kompetenz. Sand GHG. Unser Bett ist gleich weg. Oh, ne? Ich hab' die geholt. Nur wegen mir gewinnen wir diese Runde. Äh, hättest du den nicht geholt, denn der Mini, der bugt sich unter rein. Na, das ist doch geil. Der macht den Bug, den reporte ich jetzt gleich mal. Oh, da kommt. Ich nillo, Alter. ohne kürz erholt mich aber trotzdem aber ich habe ihn als maul schlampe ich kaufe es ganz viel einst und ach du Arsch was denn Felix schreib mal wann du kommst ey so schwul kann man nicht spielen wie schwul ich geh kurz in der schießt ich ich es um msk 18 ne das mal an den U-S-Pack wieder spielen doch eiskalt doch 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 oh ist ja hässlich ducking v3 ich spiel so ein Pack wo die Blöcke nicht gedingst wurden ich spiel mit dem Jotus Clan Pack das ist scheiße ich spiel mit dem msk 18 Pack ich wäre fast geliebt aber auch nur fatzt komm spiel du Natter du Natter spiel jetzt hh 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 noah hh ja, ich komm doch schon warte doch einfach mal einen Moment Du sollst nur was in-game sehen, Mann. Du baust mich eh ein. Ja. Rundblick. Wenn ich jetzt sterb, musst du unbedingt spielen. Spiel nicht. Damn. Ich bin tot und muss spielen. Bist du dumm? Ey, Nora, warum baust du uns hinein? Gut, stimmt, halt ich. Du Schlampe. Ja, Bett ist weg. Bist du dumm? Das geht nicht. Du stehst genau in der Mitte. Halt's Maul. Halt's Maul. Du Schlampe. Can be applausen. Ist dein Stream offline? Nein. Warum? Ein Mund. Halt's Maul. Ja, wenn ich auf den Dreckskanal gehe, ja doch da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Halt's Maul! Halt's Maul. Halt's Maul. Du... direkt ich werde jetzt spielen aber du kannst Halt die Klappe das gehe ich auf aber jetzt ich spielst du dich offen Alter Mauer was stehst du hier beweg dich Schlampe FSK 18 Peck die den Stream hängt halt echt mega hinterher ne das ist mir nicht auch egal 30 Sekunden da hab ich vielleicht was eingestellt ne FSK 18 Peck nur einer ich mach first spiel jetzt einfach nicht und fertig wie ich immer wie sich sowas anfühlt als maul du brauchst mich nicht ein ey wie wir uns mittlerweile immer nur gerade ausbauen ne sind gar nicht mehr so das Wetter warum heißt du dann noch Autos wet doch jetzt bauen wir uns raus Mann was längst du mich ab klar lag daran ne weil ich so ne kratzenmaschine bin weil es schon mal mega kratz Bettdrücke verbraucht hallo du musst du mit endstone einbauen hier siehst du mein Autoklicke ich muss hier mal ein Hecklein zeigen das hab ich auch grad den hab ich auch grad drinnen auf 12 Uhr komm ich nicht an was soll ich dir zeigen hier erster Block halbzeit 3 4 range guck hier vier Blöcke hab ich vorhin ich hab Aufnahmen ja guck klar häckig hier wenn ich mich hier hinstellen warte 1 2 3 4 weiter geht's nicht bis hierhin kann ich den Block pläsen 1 2 3 das war 5 guck hier wo soll ich mich hinstellen ich hab Aufnahmen ich bin wieder krass als fuck ich denk jetzt echt nicht Heck ne mach ich auch nicht hä ich bin ich benutze Felix schreibt so muss mein Vater fragen ob er mir Zeit freistellt nope online wie meinst du das jetzt mit nope online da läuft einer durch Bett ist weg ne ja wenn ich ihn nicht bekommen würde also Bett ist nicht weg oh man ich hab mich halt sogar bei dem Bett eingebaut hättest du mich nicht mal abgelenkt dann hätt ich es gehabt wie du mich mittlerweile eigentlich nur beleidigst ist dir das schon mal aufgefallen das war Spaß du Arschloch genau Spaß genau Spaß ah klar Drecksack Denounst Mann hast du es bald oder bist du schon wieder gestorben ich bin noch mal tot und ich habe uns gesaved es kommt ein krasser siderun ich muss noch was machen die ist aber auch mal runterfliegen es kommt dann machen es kommt einer machen du bist so die runde noch es kommt jetzt zum auf es kommt es kommt es kommt es kommt es kommt es kommt es kommt